. 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 Boxmusik. Sendung für die Volksmusik mit Nicolas Sen. Guten Abend. Grüezi wohl. Potsmusik mit einem Gast, einer der talentiertesten und bekanntesten Akkadionisten der Schweizer Volksmusik. Er wird diesen Sommer 65. Ich freue mich aber, dass er vor seiner offiziellen Pensionierung noch bei uns bei Potsmusik zu Gast ist. Herzlich willkommen zusammen mit den alten Jungen, Willi Valotti. Musik 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 Applaus 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 Vielen Dank! Kebyschies am Contrabass Michael Bösso und Willi Valotti war so schnell, mein heutiger Gast Willi Valotti. Willi Valotti ist ein musikalisches Multitalent. Er spielt und unterrichtet mehrere Instrumente. Musik Vor 30 Jahren ist er zusammen mit der legendären Kapelle Hairasa auftreten. Überhaupt hat er in seiner Karriere immer wieder in ganz verschiedenen Formationen und Stilrichtungen gespielt. Im Jahr 2003 wurde er mit dem goldigen Violinschlüssel ausgezeichnet. Wenn er nicht gerade Musik macht, ist er Dogenburger am liebsten in der Innerschweiz auf dem Viervalstettensee. Applaus Applaus Und jetzt ist er da bei mir Willi Valotti. Schön bist du da. Und wir auch, ja. Also die 65 würden wir ja nicht geben, so spartlich. Jetzt habt ihr Florian Ländler gespielt und das ist nicht irgendein Florian, gell? Nein, nein. Ich habe nur einen. Das ist dein Bub. Ja, ja. Du hast heute Abend mitgebracht. Musikalische Familie, aber deine Eltern haben nicht Musik gemacht, gell? Nein, sie haben Freude an der Musik und haben mich sehr auf Musik gebracht, aber gespielt. Die Mutter hat etwa mit 92 immer noch wie er noch das Liedchen gespielt. Mit 92 angefangen? Ja, ja, ja. Nein, nein. Wie bist denn du selber dazu gekommen, um Musik zu machen, wenn die Eltern kein Instrument gespielt haben? Ein Onkel, der Stiefbräder von meinem Vater, war ein bisschen Multi-Instrumentalist. Er hat Klarinett und Schwitzerörgel und Handörgel und Bass gegen ihn gespielt. Und der hatte einfach das Gefühl, aus mir muss ich gekannt werden. Und plötzlich stand er mit dem Ärgerli da? Ja, das war so, ja. Und dann ist es dann aber, wenn du mal über den Onkel dazu kam, bist du aber schnell losgegangen. Du hast auch angefangen, Informationen spielen, z.B. im Echo des Hemberges. Mhm, Anja. Mit 13 Jahren. Ja. Hoi, lach. Hoi, lach. Also rund 50 Jahre alte Aufnahmen, aber der Valotti konnte es auch schon. Alle ein bisschen flirten, mit dieser Pianistin. Mhm. Weisst du noch, wer da war? Ja, ja. Das war Ernst Müller, seine Schwester Samali. Die spielte am Anfang mit uns Klavier, bevor Walter Alder zu mich aus dem Hemberg kam. Ich glaube, das Dörmer Säge hat sich ein wenig durch die Karriere durchgezogen. Mit Frauen bist du alle gerne spielen. Sicher, ja. Nicht bloß spielen. Wir haben ja dann seit elf Jahren die legendäre Weiberkapelle mit dem Willi Valotti. Dort hast du gerade auch drei Frauen dabei. Wie ist denn die Formation und vor allem auch der Name entstanden? Also der Name hat Claudia Muff gegeben. Sie war acht Jahre bei uns gewesen und sie hatte die Idee, man könnte so heissen, als ich einmal einfach mit den drei Frauen spielte. Dann hat sie ein Teveli gemacht und ist vorne gestanden Willis Weiberkapelle und dann haben wir gefunden, dass ich noch einen guten Namen habe. Da hat sie doch keine Opposition mehr gegeben? Sehr viel, ja. Also Frauen können etwa mal briefe, dass sie sich so weit runterlösen, um mit mir zu spielen. Aber ihr bleibt dabei. Kommt, ihr habt euch sogar so weit runterlösen. Heute Abend auch die iPods. Musik darf ich dich bitten zu deinen Damen auf die Bühne. Der Willi Valotti hat seine drei Weiber natürlich mitgebracht. Martina Rohr am Kontrabass, Gabi Neff am Klavier und an den Handargel Andrea Ulrich. Und den Titel, den spielt, den hat Willi für eine von diesen drei Komponenten für die Bassistin, nämlich der Zwiebel. der Zwiebel. 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 Musik Willi Valotti mit seiner Bilba-Kapelle. Jetzt hast du zurückgelehnt, jetzt hast du gespielt. Du hast ja nicht als Profimusiker angefangen, hast du mal noch vor langer Zeit, Vor langer Zeit, ganz lange Zeit, Du hast einen ständigen Beruf gelernt, oder? Ja, Musik hatte trotzdem keine Bedeutung. Ich wollte schon Musik lernen oder studieren, und es heisst, du musst einen rechten Beruf lernen. Da habe ich Blättchen lecker gelernt. Und aus dem Blättchen lecker heraus hast du nachher noch ein Bubentraum, Beruf geworden? Ja, ja, der wäre immer noch mein Traum. Backerführer war ich eine Zeit lang. Aber bist du nicht Alpert mit der Hand in der Schufel gehackt? Da ist eine Ausnahme geblieben? Ja, da war eine Ausnahme, ein sehr grossartiger Klavierpianist, Klavierspieler, Ländler Musikpianist. Und dann hat es gefürcht wie verrückt, ob wir noch mit dieser Schufel die Tülle... Wer hat dann den Ausschlag gegeben, dass es doch noch ein Profimusiker aus der Tür war? Ja, das war eigentlich fast etwas traurig. Mein Lehrer, Jakob Wespe, ist plötzlich am Herdschlag gestorben und hat ziemlich viele Schüler hinterlassen. Und ich bin dann von einem Tag auf den anderen Musiklehrer geworden. Und von ihm hast du nicht nur Musikschüler übernommen, sondern auch noch zwei Chöre? Ja, also... Er hat vor mir Jodlklub Wattwil geleitet. Jodlklub Männertreu Nislau hat er auch geleitet. Und ich habe dann zuerst Jodlklub Wattwil übernommen und nach einem Männertreu Nislau eigentlich. Und rund 40 Jahre hast du den Jodlklub Männertreu dirigiert und darum hat sie auch mit in Bord zu Musik gebracht. Sie singen uns unter der Leitung von Matthias Amann, einem traditioneller Dörkenburger Naturjodl, den Läsern. Ja, danke. 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 Ja, bei jedes. Ja, danke. 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 Ja. Ja, danke. 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 Ich verschläge mich mit einem Hackbrett in eine Stadt, die mehr Einwohner hat als die ganze Schweiz. Ich bin nämlich für einmal nicht bei uns im Land, sondern in Peking mit über 10 Mio. Einwohnern. Und hier schaue ich mit meinem Hackbrett, wenn die Chinesen auf Schweizer Volksmusik abfahren. Danke. Ich bin auch ... ... wie? ... wie? ... wie? ... wie? Also, die Schweizer Musik hat sie nicht. ... Potsmusik. ... wie? ... wie? ... Potsmusik. ... Potsmusik. Ah, ich kenne auch. Danke. ... Potsmusik. ... Potsmusik. Ah, ich kenne auch. Potsmusik. ... Potsmusik. ... Potsmusik. ... Potsmusik. Ah, ich kenne auch. Und wisset ihr zufällig, wo die Stobete hier ist? Jetzt seht ihr, wie der Sen auf Chinesisch gemalt aussieht. ... Potsmusik. ... Potsmusik. ... Potsmusik. Potsmusik. ... Potsmusik. ... Potsmusik. ... Potsmusik. Musik Willi Valotti, mein heutiger Gast, hat noch ein paar grosse Namen mit auf die Musikbühne gebracht, nämlich Claudio Gmür am Klavier, Sepp Huber am Kontrabass, Bruno Sifrig an der Klarinette und eben Willi. Ihr habt lang und intensiv miteinander gespielt, jetzt mit ein wenig Abstand, Willi Valotti, wie schaust du auf diese Zeit zurück? Ja, schöne Zeit gewesen. Bruno war der Nachfolger von Kaspar Mutter und nach der Heirersatzzeit haben wir ziemlich intensiv miteinander gespielt und schöne Sachen gemacht. Ihr habt intensiv miteinander gespielt, aber Bruno Sifrig, ihr habt uns ab und zu noch ein bisschen jugendliche Lichtsinn walten lassen. Ja, in unserem jugendlichen Übermut haben wir manchmal, also am Morgen früh, wenn wir nach Hause sind, von der Bibel Ecksrote-Turm, ein kleines Verfolgungsrennen gemacht, das wir heute nicht mehr dürfen. Man muss aber festhalten, früher hat es noch keine Tempobeschränkungen gegeben und überholt haben wir auch nie, gell? Wir sind einfach hintereinander in einem ziemlich rassigen Tempo davon gefahren, trotzdem haben wir den ganzen Abend eigentlich rassige Schottis gespielt. Dann bin ich Gott froh, dass ihr beide so gesund noch da seid. Nehmt doch Platz, jetzt könnt ihr wieder ein bisschen Gas geben, jetzt zu alten Zeiten. Obwohl wir ja jetzt erst gleich mit dem Sommer anfangen, gehen wir gleich zum Musikanten Silvestro. Musik 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 Machen Sie doch mit und geniessen Sie es. Schöne Jodelklänge. Bis dann alles Gute, einen schönen Abend und bis ein anderes Mal. Adi miteinander!